Also Badenhausen macht für mich besonders, dass ich hier konzentriert auf einem Punkt alles habe. Es ist so schön, dass Badenhausen einfach mitten in der Natur auch liegt, dass es so viele schöne Möglichkeiten gibt, einfach Ausflüge zu machen. Das ist einfach schön dort abzuhängen, wenn die Sonne scheint und trifft dort auch immer nette Menschen. Ich kann einfach alles machen und muss nicht ewig weit dafür wegfahren und das, finde ich, macht es für mich zu einem besonderen Ort.